Die Bank hat mir ein Angebot gemacht. Geld? Noch mehr Geld? Indonesien. Rauchen ist hier verboten. Ich brauch dich. Ich kann keine Entscheidungen revidieren, die andere getroffen haben. Natürlich kannst du das. Viel höher als du geht doch gar nicht. Es wird ein bisschen schippern. Wir sind jetzt Teenager. Ja, da haben wir ja noch was vor uns. Der Bänker des Jagers, ja, kann sich Gefühle nicht leisten. Ist das ein Spiel? Na, wenn? Noch etwas zu Indonesien. Das ist mir unbegreiflich, Roland. Ist dir das alles egal? Im Gegenteil. Ich habe keine Angst vor dir. Ich habe keine Angst vor dir. Ich habe keine Angst vor dir. ? Vielen Dank.